So, herzlich willkommen zu unserem Pelzer-Stammtisch. Man muss ja sagen, normal gehört zu einem Original-Pelzer-Stammtisch ein Scholleglas, ein Dupeglas mit halb Woi, halb Wasser. Aber bei der Jazzland gibt es nur Ginoclock und bei mir gibt es nur Anti-Alkohol. Deswegen gibt es aber eine Sache, die gibt es bei uns beide und das ist Kaffee. Und deswegen sprechen wir heute über das Thema Kaffee. It's Kaffee-Time. Kaffee-A-Clock. Kaffee-A-Clock, genau. Ja, also, wie fangen wir mit unserer Kaffee-Rösterei an? Ne, also die Schalima, also die Mama von der Schalima, die hat ja einen Kaffee und die ist, glaube ich, sogar Barista, gell, der Mama? Ja, vielleicht kann die Schalima uns ja einfach mal so ein bisschen was erzählen, was sie über Kaffee weiß. So mussten du eigentlich immer ich diese Themen aufhören. Das ist ja Jenny, ein zweites Satz jedes Mal in dem Kaffee-Stammtisch. Du kannst ja die Schalima eigentlich mal erzählen. Ja, was willst du denn jetzt wissen? Du kannst mich ja mal interviewen. Ja, also zum Beispiel gibt es verschiedene. Also wirklich, ich trinke super gerne Kaffee, aber ich kenne mich nicht aus. Ja, aber so ein Detail, was du jetzt wissen willst, ich bin Ken-Barista. Sie ist Ken-Barista, aber du hast bei Mac Kaffee geschafft, ne? Also du musst eine Rasso-Ausbildung machen. Ja, aber das ist nicht dasselbe wie das, was meine Mutter gemacht hat. Okay, also du kannst dir vielleicht mal erklären, was ist denn das, was deine Mutter gemacht hat, so Barista-Ausbildung? Also was lernt man, du? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich frage nicht mit dem Bein. Ich habe heute mal verschiedene Kaffeesorten gelernt und wie die geröstet werden, glaube ich, oder Schnellröstverfahren, das weiß ich jetzt zum Beispiel noch, was hängengeblüpp ist. Ja, und wie man das in dieser Jimbali-Maschine do halt macht mit dem Satzding, ne? Die ist brennt so. Das hat die halt gelernt und die Milch auf Schäume und so. Und ich glaube, die hat auch noch Latte-Art-Kurs, also die hat noch so, die kann noch Mole im Kaffee. Krass, okay. Aber da hat sie, glaube ich, nur einen Kurs. Aber ich weiß jetzt nicht, was, also die hat auch eine Prüfung ablegen müssen und so und muss das auch vormachen und es muss genau so viel Grad und bla und schweiß. Aber ich so ganz genau, was die do jetzt getrieben hat, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist schon so lange her. Ja, also sagen wir mal so, fangen wir mal mit dem Thema auch ganz für, also wir sind, wie gesagt, Fachexperte, aber ich finde, die Diskussion Kaffee fängt ja schon dort bei A, was für Kaffeemaschinen man sich kauft, ne? Also es gibt so die Typen, die so total die Vollautomatype sind. Oh, das mag ich gar nicht. Ich auch nicht. Oh. Dann gibt es so die, die sagen, ne, also für mich gibt es nur Filterkaffee, ist das Wahre, ne? Also mit der klassischen Filterkaffeemaschine. Oder die ganz exquisite, die wollen eine Jimbali. Ja, oder halt, ne, sowas dann halt. Also ein Siebträger, so heißt es auch. Ja, genau. Also Siebträgermaschine, das ist dann halt wirklich High Class. Dann gibt es die, die sagen, ach ne, also ich mag mein Senseo. Die Nächste, die sagen, ne, ich mag mein Dolce Gusto. Die Nächste sagen, ne, also ich mag mein, was gibt es noch, Tassimo. Und dann gibt es natürlich die ganz Bekloppte, wie wir, die sagen, ne, also Nespresso, es ist non plus ultra. Ja, also keine Ahnung. Also fangen wir mal mit dem Vollautomat an. Also mein Ding ist, der Vollautomat A 0,0 schmeckt mir gar nicht. Nicht nur wegen dem Geschmack. Ich hätte keinen Bock, das jeden da sauber zu machen. Also ich weiß, wie die Kaffeemaschine aussieht und du musst das mit Milch einfach jeden da sauber machen. Und das würde sich dann gar nicht rentieren. Sorry, also das kann man keiner erzählen. Also wenn ich jetzt fünf Milchkaffee am Tag trinke, aber ganz ehrlich, also dann würde ich mir mir überlegen, ob du überhaupt Kaffee willst. Ja, das stimmt. Ob du überhaupt Kaffee trinkst, ob ich in meiner Aare dann irgendwann, also... Ja, also ich muss sagen, ich kenne voll viele Leute, die einen Vollautomat haben, weil irgendwann war das so voll Hype. Und am Anfang waren die Teile ja auch teuer. Du hast, glaube ich, so 500, 600 Euro bezahlt versuchten. Nicht immer noch, das ist noch teurer jetzt sogar. Krass. Also ich meine, gut, dann gibt es natürlich die Jura. Das ist, glaube ich, so das Nonplusultra unter der Vollautomatmaschine, wo ich jetzt kenne. Und so Jura-Maschinen kostet ja an die 2.000 Euro, fangt die Clenched A. Also da gibt es ja auch die Sache, ne? Ja, die der HMA. Ja. Aber ohne Milch. Ja. Und dann gibt es ja noch, sage ich mir, jetzt mittlerweile kriege ich, glaube ich, auch schon für so 300 Euro so ein Vollautomat oder so. Aber im Gotteswillen, ne? Schlag mich nicht tot. Ich persönlich muss sagen, also ich mag es auch überhaupt gar nicht, weil ich kenne verschiedene Leute, die sowas haben. Und natürlich kommt es drauf an, was für einen Kaffee füllst du da ein, ne? Also das ist natürlich auch das A und O. Du lässtst dich ja dann auch streiten. Die Ernte, die wollen dann nur den Lavazza. Die anderen wollen dann nur den Käferkaffee. Die Nächsten sagen, was weiß ich, den Dallmeier und den Kuckuckkafen, dass du dann auch diese Säcke mit der Kaffeebohne dann halt, wenn es in der Werbung ist, und füllen das Ei. Aber ich glaube, du hast gesagt, der Mutter hat gesagt, irgendeiner ist der Beste, gell? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, aber man muss immer gucken, ob das ein Schnellröstverfahren ist oder nicht. Okay, also wenn es ein Schnellröstverfahren ist, ist es nix, ne? Ne, weil dann wird halt einfach auf 300 Grad oder so die Bohnen in zwei Minuten durchgeschossen und dann ist es, ja, ist dann meistens der, wo es ziemlich bitter ist oder so. Ja, das stimmt. Ja, also es kommt natürlich eine Art hoch wahr, wie man die Maschinen eistellt, weil man kann es dann auf mild und stark und so weiter eistellen. Aber trotzdem, du merkst, das ist eine Bitterkeit. Ja. Also ich finde, viele machen dann mild und dann schmeckt es für mich gefühlt, wie wenn du so ein bisschen Kaffee hättest und der Rest Wasser, also total eklig. Also ich muss sagen, mir schmeckt das aus dem Vollautomat überhaupt nicht. Also ich selber habe früher auch immer gesagt, ah, wenn wir mal Eigentum haben und kaufen uns mal richtig gut die Küche, dann hätte ich gerne eine Jura-Maschine. Das war also für mich so, ah, ja, ne? Wo ich gesagt habe, aber das mache ich erst dann, weil ich dann weiß, was für Farb passt und so. Ich muss sagen, bin ich total von weggekommen, also ist nicht mein Fall. Gut, ich muss dazu sagen, eine Dommerseischwester hat tatsächlich eine Jura-Maschine und der Kaffee schmeckt wirklich gut. Ich müsste die echt mal fragen, was für einen Kaffee die benutzt. Also die hat sie wirklich top eingestellt und hat einen richtig guten Kaffee. Also ich muss sagen, bei ihr schmeckt Kaffee wirklich gut. Bei allen anderen, die so einen Vollautomat haben, egal, wenn ich so jetzt nehme, schmeckt mir der Kaffee gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, also, mäh. Ja, also was ich letztens auch so mitgekriegt habe, aber bei so jüngeren Leuten, also 130, ich rede jetzt von meinem Alter drunter noch, die sind dann halt so, die sind total auf Bohne-Kaffee. Okay. Warum auch immer. Und dann gibt's, so habe ich jetzt irgendwas mitgekriegt mit Gorilla oder so, hier ist die Firma. Die habe ich auch schon gehört, ja. Ja, also das habe ich jetzt gehört, aber ich denke mir halt so ganz ehrlich, für was braucht ihr? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt das Thema für die Aggie, weil Darihan fährt auch voll auf dieses Kaffee-Thema ab und er hat wohl eine Kaffeemühle, wo er sich selber dann mit der Kaffeemühle den Kaffee malt und dann macht er das auf so, also das hat meine Oma auch noch gemacht. Ja, das hat meine Mutter gelernt. Also so... Sorry, bin voll miet, aber das hat meine Mutter gelernt. Die muss das selber malen. Ja. Und dann gibt's ja wie so Porzellan-Filter-Ufsatz, wo dann im Endeffekt, meine Oma hat dann so einen Filter rein und hat dann den Kaffeepulver rein, hat sich das dann so mit heißem Wasser überbrüht morgens. Und ich habe selber auch so einen Teil vom Starbucks mir geholt, während Corona, weil die ja irgendwie alle Panik hatten von wegen, wenn ihr Strom nicht geht. Wobei, dann hätte ich auch kein heißes Wasser gehabt, also total unlogisch, aber egal. Habe dann gedacht, naja, ist vielleicht mal nicht schlecht, sowas zu haben. Man weiß ja nicht, wenn die Kaffeemaschine mal kaputt ist. Habe es aber ehrlicherweise auch nie benutzt, aber okay. Egal, Hauptsache man hat mir der Wasser in den Schranken stehen. Aber, ja, so das kenne ich auch die Leute, wo dann so das betreiben, wo dann auch nicht immer so normale Filtermaschinen haben, sondern wirklich das halt mit so durch so Porzellan-Ding laufen lassen und du auch darauf schwören, dass es für sie das Beste ist. Quasi. Aber, ja, ich weiß nicht. Kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Kommt dann immer drauf an. Wie gesagt, es kommt dann drauf an. Es kommt dann nicht auf die Maschinen drauf an, sondern was für Kaffeehushel. Und wie stark, also wer hat denn Kaffee gemacht, wie stark oder dünn ist er. Aber grundsätzlich finde ich, Filterkaffee ist schon okay. Nur, wobei ich sagen muss, Filterkaffee in Kaffees mag ich nicht. Weil du gibst dir dann auch manchmal, dass wenn es schnell gehen muss, kriegst du so einen Filterkaffee ausgeschenkt. Wenn die dann keine Zeit haben, sag ich mal, die Siebträger oder so auszuschmeißen. Und da muss ich sagen, also der Filterkaffee schmeckt mir zum Teil dann auch überhaupt gar nicht. Also wäre jetzt auch nicht so meins. Aber ich habe tatsächlich auch Filterkaffeemaschine von meiner Oma. Wenn nicht so etwas wie Geburtstage sind, dass man halt einfach schneller Kanne-Kaffee kochen kann und dann halt die Kanne befüllen kann, so Thermokanne, dass man halt mehr Menge an Kaffee schnell machen kann quasi. Finde ich ganz okay. Ich glaube, vom Preis her sind die auch ganz in Ordnung. Kann man jetzt nichts sagen. Aber eigentlich muss man ja sagen, die letzten 10, 15, 20 Jahre, keine Ahnung, heute so das ganze Thema Senseo, Nescafé, die nicht Nescafé, sondern Dolce Gusto, Tassimo, Nespresso, so den Markt erobert. Also da muss ich sagen, also ich habe... Das hatte ich gar nicht. Nee? Gar nicht? Nicht so, wie hieß es? Senseo hatte ich mal, ja. Aber das war's. Also ich habe mit Senseo tatsächlich angefangen, muss ich sagen. Ja, also ich muss dazu sagen, das Ding ist, die allererste Senseo, die es gab, und das ist tatsächlich, die muss ja schon, ich weiß gar nicht, über 20 Jahre alt sei wahrscheinlich. Diese Maschine ist wirklich so eine gute Qualität, die ich es nicht kaputt zu kriegen. Also wirklich ist es so die allererste, wo gar nichts konnte, gefühlt. Nach dieser ersten Maschine kamen dann verschiedene Farben raus, dann gab es verschiedene Formen, dann gab es auch mit Milch und ohne Milch. Also so die Geschichte. Ja, ich hätte noch die normal. Ja, die ist so ganz einfache. Und also je mehr Fats, sag ich mal, du tragen komme sind, desto bescheuerder warst, weil bei uns war es so, wo wir ausgezogen sind, hat mal Oma uns Senseo-Maschinen gekauft, wo du so einen Milchschäumer mit dabei hast, aber ich sehe das genau wie du. Das war totaler Quatsch, weil du benutzt da nicht, also ich habe es nicht benutzt, weil ich keinen Bock habe, das Ding sauber zu machen. Das war halt bei mir das, weil du musst es halt praktisch jedes Mal sauber machen. Und letzten Endes hat die Maschine, glaube ich, sogar damals, 150 oder 179 Euro kostet, also es war jetzt auch kein Schnapp. Und die war tatsächlich wirklich, also die sah aus wie die erste Maschine und hat dann einfach vorne im Bauch, hatte die so wie so ein Milchkännchen mit drin und die war aber innerhalb von einem Jahr, glaube ich, schon direkt kaputt. Also richtig ärgerlich und wir waren damals Studenten, wir hatten gar kein Geld, also ich war super traurig darüber und keine Ahnung, ja. Und dann haben wir uns die Maschinen noch mal geholt, aber ich glaube zum Ende, dass das noch Garantie war. Also damals waren wir noch in einem Elektrogeschäft und haben das gekauft, ne. Ja. Konnten wir das irgendwie noch über die Garantie abwickeln, dass wir die noch mal gekriegt haben. Und dann war die aber nur im Jahr gefühlt wieder kaputt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache die Fertz nimmig, ich hole das, das ist mir zu teuer, wir benutzen das Milchding eh nicht. Und dann haben wir uns eine geholt, die hat halt voll zu unserer Küche gepasst und wir sind auch unsere Aldi-Küchen-Wohnung. Also die war weiß, also richtig blüteweiß mit so glänzend, wie so das Plastikkoller hat so geglänzt und da war halt wirklich so hellblau mit dabei und unser Küche weiß, hellblau, ne. Ja. Also hat richtig gut gepasst. Aber die war dann auch innerhalb, glaube ich, von, keine Ahnung, acht einem Jahr oder so, auch kaputt oder sogar früher. Dann haben wir uns die noch ein paar Mo irgendwie geholt, dann gab es die mit hellblau nicht mehr, dann hat man die, glaube ich, mit pink, keine Ahnung, ob wir die eher oder zwemo hatten, also auf jeden Fall, die war dann auch dauernd kaputt, die hat, glaube ich, unter 100 Euro gekostet, aber trotzdem, das ist total der Elektroschot, wo du entsteht, ne. Dann haben wir die halt auch weg. Und als die dann das letzte Mal kaputt gegangen ist, dann wusste man nämlich, was wir machen sollten. Und man muss dazu sagen, wir haben früher sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Und ich habe von Senseo immer den Guten Morgen Kaffee geliebt, das war so die doppelte Portion, wie ich auch schon halt so ein Humble rausgekriegt. Und wir wussten dann irgendwie, was wir machen sollten, dass wir tatsächlich über acht Wochen oder so keine Kaffeemaschine hatten. Also, ja, ich muss dazu sagen, damals, bevor das noch, also mit Senseo war, war das so, dass es eine, also und zwar, jetzt muss ich überlegen, das war, oh, 2013, glaube ich. So fing das an, da gab es bei Kaufland eine Knüllerwerbe, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das hieß Weekendknüller oder so, das kam halt neu raus. Und in der allerersten Werbung davon war die Dolce Gusto Maschine drin, die habe ich für 35 Euro Kaffee kenne und habe ich in der Werbung gehabt, das sind ja die Würfel, also diese Kapselen waren in der Werbung für, ich glaube, 2,99 Euro, also wirklich super Preis, normal sind die ja bei 5 Euro damals gewesen und du konntest aber, wenn du die Maschine gekauft hast, das quasi den Bon Eischige bei Dolce Gusto und hast dann den Wert wieder an Kaffeekapsel von denen geschickt gekriegt. Ah ja. Okay, und dann hatte ich die Maschine quasi gekauft, fand ich cool und dann, ich glaube, 2 Wochen später oder 3 oder 4 Wochen später gab es dieselbe Aktion mit Tassimo und ich fand halt so cool, dass du halt bei Dolce Gusto oder Tassimo gab es dir dann auch so diese Kapsel, wo du dann, keine Ahnung, so Milka, Schokolade machen konntest oder was weiß ich, im Moment kannst du dann so Mars oder Twix, Kakao mache oder halt irgendwie so coole Sache. Also ich habe es damals als cool empfunden und deswegen, weil die Tassimo Maschine hat dann, glaube ich, noch immer weniger gekostet, die war, glaube ich, bei 29 Euro oder so, also es war wirklich ein Schnapppreis und wie gesagt, du hast den Kaffee wieder gekriegt, dann habe ich mir so eine Ahnung gekauft und dann, du weißt, früher hatten wir doch die Theke in der Altwohnung und dann hatten wir zum Teil drei Kaffeemaschine das stand dann die Senseo, die wir eigentlich hatten, die Deutsche Gusto und die Tassimo Maschine. So, sie stand dann zum Teil do. Natürlich ist es saubehindert, ja, also wer braucht drei Kaffeemaschine, du benutzt es auch alles nicht, du brauchst hier auch einen Haufen Platz, unsere Wohnung war ja nicht so riesig für die ganze Kapsel aufzuhebe, für die Maschine, du brauchst aber auch Platz zum Backe und zum Kochen, also war das natürlich Quatsch und irgendwann habe ich es natürlich dann wieder weggemacht, habe dann die Tassimo Maschine, glaube ich, verschenkt oder verkauft, was weiß dann ich und die Deutsche Gusto auch nicht und hat dann wieder nur die Senseo gehabt, weil halt do einfach die Pads am günstigste waren, also ich meine, du hast halt in der Werbung dieses Päckchen für Ends 99 gekriegt und es war halt einfach am günstigste und es war okay. Aber dann, wie gesagt, ging halt diese Maschine kaputt und dann hatte man halt gefühlt, acht Wochen, glaube ich, keine Maschine und da habe ich dann, sage ich mal do, wirklich den löst, also richtig eklig quasi den löstlichen Kaffee von, gibt es ja von Nescafé oder so, diese Gläser und in der Zeit haben wir uns diesen löstlichen Kaffee mit Wasser aufgekocht, ja. Und es war halt, ach ja, das war halt schon widerlich und dann hat die, dann haben wir uns manchmal bei der Urschuld drüber, weil die hat in das selbe Haus gewohnt, dann haben wir uns bei der also mal einen Kaffee geholt und die hat halt auch die Senseo, weil ich glaube, der Udis hat die allererste Senseo-Maschine und ab und zu am Wochenende, da sind wir dann immer, ah, kann ich mal mal einen Kaffee machen und dann hat der irgendwann zu uns gesagt, also wenn ihr jetzt nicht einen Kaffee haben, weiß ich nicht, ihr seid doch die Top-Manager und verdient doch das Geld und da machen dann mit dem lästlichen Kaffee da rum, aber wenn ihr jetzt nicht bei einer Kaffeemaschine kaufen, gehe ich fort einen Kaffee, ich hätte nicht auf jeden Fall ging das dann so weit, dass meine Kollegin aus Nürnberg angetanzt ist mit einer Nespresso-Maschine, sie hat mir die geschenkt, also so bin ich zu Nespresso gekommen, weil die zwei, also die und ihren Mann, die waren just so ein Nespresso-Fan, schau dir mal, ich schwörst dir das erste Mal, wo wir beide waren, da hat der uns erzählt, also du hättest keine Mähne, der Typ schafft nicht, der ist Geschäftsführer von Nespresso, was der dir doch erzählt hat, über die Kapsel und über diesen, über das, doch mal, ich bin nur so durchgestanden, ich bin nur geguckt, auf jeden Fall, und dann hat der Kaffee aber saugut geschmeckt, ich habe zuerst mal gesagt, oh, der schmeckt schon supergeil, muss man schon sagen, aber man muss natürlich auch dazu sagen, so eine Nespresso-Maschine kostet halt nicht nur drei Euro und wir waren uns halt nicht sicher und das einzige Manko, was mich so dran am Anfang gestört hatte, war, dass du damals noch so gut wie gar keine Kapsel im Supermarkt Kaffee konntest, also du musst dich ja wirklich in den Shop gehen oder online bestellen, also damals gab es auch noch okay, sag ich, Musterbugs-Kaffee, mittlerweile krieg ich ja von allen diese Kapseln, wobei ich muss dazu sagen, da halte ich auch nichts davon, aber das gab es damals einfach noch nicht und ich war halt so, ach nee, wenn ich vergesse zu bestellen, dann können wir kein Kaffee trinken, das war so mein einzigster Kritikpunkt, ne? Naja, auf jeden Fall war es so, sie war dann halt schwanger und ist in Elternzeit und die, also er hatte vorher schon die Nespresso gehabt und sie hat sich dann Annie gekauft oder umgekehrt, auf jeden Fall hatten die dann zwei und sie hat Annie im Büro stehe und die, die sie im Büro stehe hat, wo es in Elternzeit ist, hat sie mir dann quasi geschenkt, ne? Also hat uns die mitgebracht und hat mir die geschenkt, und so sind wir zu den ersten Espressomaschinen gekommen. Oh, ich sag's dir, ja, aber wir waren dann super happy und ich muss sagen, die hat auch lang gehoben, also ich meine, die ist ja dann auch irgendwann kaputt gegangen, aber die hat die auch schon jahrelang gehabt und wir hatten die vorne weg, also da haben wir uns ja noch gekannt, also schon gekannt, wo die Maschine kaputt gegangen ist, also das war, wir hatten die locker auch vier, fünf Jahre, bis wir uns dann halt neu gekauft, ach nee, noch länger, schalte ich mal, wir haben uns doch die NIME gekauft, das war 2021, glaube ich, während Corona, wir noch geguckt hatten überall, wo die günstiger ist, weil uns das Wasser ausgelaufen ist, also die war, wir hatten die schon super lang und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss sagen, ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Nespresso-Trinker, ich liebe den Nespresso-Kaffee, der schmeckt einfach gut, klar, nicht jede Kapsel schmeckt, also klar, jeder hat ja bestimmte Vorliebe, aber ich finde, es ist für mich so der beste Kaffee, den du kriegen kannst, so von daheim, außer natürliches Siebträger, das ist natürlich nochmal was anderes, also das ist das Ärzige, wo ich sage würde, also wenn ich mir morischig gönne würde und wirklich so eine mega Küche mir an Reihstelle würde, dann wäre die ähnliche Überlegung, ob sich das lohnen würde, dass ich mir eine Siebträgermaschine kaufe, ich glaube es zwar eher nicht, weil ich liebe halt einfach Nespresso, aber das wäre so das Ärzige, wo die Nespresso, glaube ich, ersetzen könnte, so eine Siebträgermaschine, ja, also das ist so für mich so, also ich liebe A die Nespresso, ich habe die ja, ja, also ich liebe die A, aber ich liebe halt auch die mit einer kleinen Kapsel, mehr wie die mit einer großen, bin ich ganz ehrlich, ich habe die beide, aber die mit einer kleinen Kapsel ist einfach mein All-Time-Favorite, also, also man muss ja tatsächlich sagen, dass eigentlich die Chalima, also die Chalima und ich uns über die Nespresso-Maschinen also so Kontakt gekriegt haben, weil die Chalima hat eine Story gemacht, dass sie sich einen Kaffee macht morgens mit ihrer Nespresso-Maschine und tatsächlich war sie mir dann sympathisch, weil sie eine Nespresso-Maschine hat, das ist mir so halt aufgefallen in der Story. Ja, aber ich hatte doch Milch, äh, eine Sorte Milch probiert. Genau, und sie hat nämlich jeden Morgen Aneris Milch probiert, genau, also vegane Milch und das war so der erste Punkt, wo wir Kontakt gekriegt haben und man muss sagen, die Chalima war ja danach die erste, kann ich mir erzählen, die Story, wo dann die Vertu gekauft hat, ne, also du warst ja derjenige, wo zuerst die hat, die Vertu. ich hab die, genau, ich hab die auch gesehen und ich wollte die halt, weil die braun mit Rosé gold, die ist dunkelbraun mit Rosé gold, also ich geb die auch nicht, hä, ach, wenn ich sie jetzt nicht immer benutze oder so oder gar nicht, aber sie, sie hat mir halt einfach gefallen, aber wenn ich ehrlich bin, vom Kaffee her schmeckt es mir nicht so. Ja. Ich schmecke mir einfach die Klärkapsel besser und mit der Milch aufschäumer, dann geht mir das tierisch auf die Senkel, da hab ich ja tatsächlich, aber sie haben bis dato noch nichts geändert, ich hab mir mal ein Espresso auf Instagram, denen hab ich das mal geschickt, dass ich das halt blöd find. Ja. Dass du Rosé gold nie Kaffeemaschinen geb, mit einem, also braun Rosé gold, ne, und das dann aber, äh, ich die Milch aufschäumer, in Silber mit Schwarzkaffee soll, also sorry, das geht mir überhaupt gar nicht. Oder von mir aus ein ganz Schwatze. Wenn's ja wenigstens noch so ein brauner gewesen wär, also normalerweise, sorry, für das Geld, was die gekoscht hat, weil ich hatte ja diese Premium, du, das ist ja so, die war ja teurer, weil manche nennen, Vertuo kostet ja auch, glaube ich, bloß 150 oder so. 120 sogar, oder 130. Ja, genau, meine war, glaube ich, über 200 Euro, ich weiß noch, das war nämlich teuer, oder jetzt ist sie, glaube ich, auch nicht mehr so teuer, aber damals, wie die rausgekommen ist, war teuer, das weiß ich noch. Ja, ja, das stimmt schon. Knapp 200, glaube ich. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, und dann denke ich mir halt, also ganz ehrlich, habe ich Kaffeemaschinen für 200 Euro durchstehe und eine Milchaufschäume nicht passend dazu. Das geht mir richtig gegen den Sack, also ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Das geht halt gar nicht, vor allen Dingen, weil diese, weißt du, wenn das jetzt so Annie ist, wo sie so dumm gemacht haben, die hatten wir so Rosani mit der Designerin do, ja, die fand ich ja dann asche, aber da haben sie die Milchaufschäume passend dazu gemacht, aber es war Limited Edition, okay, aber ganz ehrlich, wenn ich doch was fest im Sortiment habe, also wenn ich bei der Limited Edition die Milchaufschäume nicht mache, Ja. Würde ich sie noch verstehen. Ja. Weil das auch Schwachsinn ist, ja, aber ganz ehrlich, normalerweise, sorry, tut mir leid, aber rein, es gibt doch kein, also jeder will doch, es kann mir keiner erzählen, es gibt bestimmt 5 Leute unter 100, die dort alles durcheinander stellen, aber gerecht ist ja normalerweise so, dass du guckst, dass zusammen ein bisschen passt. Auf jeden Fall. Und ich zähle. Ja. Und ich sehe, so mein Puls geht schon wieder hoch, ja, weil ich mir dann einfach denke, also ich habe das dann geschrieben so, und dann hat sie gesagt, sie werden das mal weitergegeben, aber auf dem Weg ist es, also ist wahrscheinlich nichts passiert, aber ist okay, also ich finde es aber halt einfach nicht schön, also ganz ehrlich, für so Diary-Maschinen, ich meine, jetzt im Nachhinein, ich benutze sowieso nicht, ist jetzt nicht dramatisch, aber zum Beispiel den Milchaufschäumann benutze ich everyday, also weil ich mache so meinen Shake drin, weil da muss ich nämlich nicht den Shakebecher so shake, sondern so, und kann es dann direkt so in meinen Starbucks, also in meinen Starbucksbecher so den Plastikbecher kippen, wenn ich das Wäffel und Kaffee noch drauf trinke, das ist halt für mich optimal, weil der Milchaufschäumer macht ja kalt. Ja, also ich muss sagen, dieser Milchaufschäumer, also wenn Leute zu mir uns kommen und Kaffee trinken, die sind so begeistert von dem Milchschaum, weil der ja richtig fest wird. Ja, aber durch einen anderen, oder wie ich, durch nämlich der, wo an der Maschine dran ist, oder? Ja, ich habe hier mehrere Maschinen, nee, ich habe einen anderen Milchaufschäumer, ja so einen Einzelstehenden, aber egal, der an der Maschine ist es selber, also ach do, haben die Leute wirklich gesagt, also es gibt, also tatsächlich gibt es, glaube ich, ich kenne Milchschäumer, der bessere Milchschaum macht wie den Nespresso-Milchschäumer, weil ich kenne super viele Leute, die würden sich gerne nur den Milchschäumer kaffe, weil der Schaum halt wirklich richtig hart wird. Man muss dazu sagen, man muss aber auch die richtige Milch dafür benutzen, also entweder benutzt man von Alpro die Barista-Milch, das geht, bei der Kokosmilch und so, es wird auch hart, also man kann jetzt nicht einfach nur Kokos- oder Sojamilch benutzen, die nicht Barista ist, das geht nicht, ansonsten sage ich immer, ob jetzt laktosefreie Milch, normale Milch, das funktioniert alles gut, man muss halt so ein bisschen den Trick raus haben und vor allem, wie will man es, bei mir Milchschäumer sind verschiedene Knöpfe, wo du sagst, kalt-warm, wie du sagst, aber ach, will ich viel Schaum, will ich wenig Schaum, es kommt auch auf die Füllmenge drauf, wie viel Milch man reinmacht. Ja, das ist bei dem, wo ich habe, geht das nicht. Okay, aber auf jeden Fall, das ist, also wirklich, ich habe schon Leute erlebt, die sagen, also der Milchschäumer ist einfach der beste Milchschaum, der weltbeste, den es überhaupt gibt und viele würden sich gerne nur den Milchschäumer kaufen, aber ich glaube, allein der Milchschäumer kostet 90 Euro, wenn mich jetzt alles täuscht, gell? Die günstigste. 90? Ich glaube, ja, aber ich kann auch mal gucken. Also es ist schon ziemlich teuer und der günstigste ist glaube ich der, ach Gott, ich bin heute so müde, weil ich muss um 5 Uhr schon raus, der günstigste ist der, wo ich da habe. Der ist nämlich schon fest an der Maschine dran, den hattest du ja früher auch. Den habe ich hier auch im Büro auch, ja. Ich finde halt auch, man kann den easy sauber machen, man nimmt das Ding da raus, da ist ja wie dieses, wie nennt man, das Spirale da drin, ne, die ist ja magnetisch befestigt, man nimmt die raus, spült es mit klarem Wasser aus, gut ist, ne, da muss man jetzt gar nicht, sage ich, muss so viele Fetts machen, finde ich. Ich bin gut, ich sprühe manchmal noch MPD halt rein, wische unser Reinigungsmittel. Ja, ach nee, der günstigste kostet 79 Euro, das ist der Aerosino 3 und da gibt es verschiedene Farben, Schwarzsilber, Rotsilber und Weißsilber, also so Cremefarben ist das. Das sind aber die, die an unserer Maschine draus sind, gell? Genau, und dann gibt es noch der Aerosino 4, der kostet 89 Euro und das ist den, wo ich habe, aber den habe ich auch nur, weil ich mir dann noch die Vertu Pop gekauft habe und da war der mit dabei, aber das kann ich so klein mal erzählen, weil ich glaube, die Vertu, wann ist denn die rauskommen, die gibt es doch nicht so lang. 2, 3 heute bestimmt. Ja, und die Schalima lag uns eigentlich immer in die Ohren und hat gesagt, eigentlich wäre das eine Maschine für uns, weil wir viel Kaffee trinken und bei der Vertu kommen größere Mengen raus einfach und was ich an der Vertu tatsächlich auch ziemlich cool fand, ist, dass man eine Kapsel hat, wo man ein Kann Kaffee machen kann, ne? Also ich meine, die Kann ist dann zwar kein Liter, ich glaube, das ist ungefähr 450 ml, was da rauskommt, ne? Aber man kann halt die Kanne machen und wenn man halt mehrere Personen ist, ist es halt angenehm, es gibt so schön die Glaskaraffe, die hast du, glaube ich, gratis zu deiner Maschine gekriegt, ich musste die halt damals kaffen, aber okay, das fand ich ganz cool und die Schalima hat sich die Maschine gekafft wegen der Farbe und lag uns halt so in der Ohre und hat so gesagt, also zu mir halt, ah, das wäre wirklich was für euch, weil ihr trinkt so viel Kaffee, ihr trinkt auch die große Menge, das wäre für euch besser, ne? Hat sie halt immer so gesagt und ich habe dann gesagt, nee, ich habe jetzt, ich habe jetzt die, ich habe jetzt die, die, die Glaskaraffe, und es reicht mir und hin und her und tralala und wollte halt die Große nicht haben, habe dann aber, genau wie die Schalima, gab es dann im Sommer Ende 20, nee, 22, glaube ich, war das, gab es dann auch so Special Edition und zwar war das auch diese Premium, wie du hast, die gab es dann in, also das war auch wieder so kollektionsmäßig, dann gab es die halt so, sagen wir mal so in Pastell-Mint, nenne ich es mal, ne? Aber was schon so annähernd unser Farb war und das Coole war halt, man hat es halt rabattiert auch gekriegt, ne? Also bei uns war nichts dabei, aber dafür war es halt nicht so teuer, also ich glaube, wir haben wirklich irgendwie nur, in Anführungszeichen, also wirklich, ich glaube 100 Euro, wenn überhaupt, es war wirklich ein mega, mega guter Preis, weil du irgendwie noch so ein Rabattcode, was weißt dann ich war. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ah, hier und her überlegt, mit der Schalima das ausdiskutiert, wie immer eigentlich, ne? Und habe dann gesagt, nee, komm, ich kaufe die, ich hole die jetzt und habe die dann bestellt. dann muss man dazu sagen, ein Jahr später, also 23, also nee, gar nicht ein Jahr später, sondern drei, vier Monate später, haben wir, nee, eigentlich schon nicht im Mo, das war gerade Mo, warte mal, ich will nicht lügen, 22, ja, ich glaube, wir haben die 22 gekauft und ich meine, ja, und dann, zwei, drei Monate später, haben wir entschieden, wir ziehen um, sind dann zum Jahresende umgezogen und dann kam die Vertu Pop raus, ne? Und die gibt es ja halt wirklich in meiner Farbe, ne? Das ist ja dann wirklich so Türkis, Tiffany, Blue. Und dann habe ich gesagt, Schalima, ich habe ein Problem, jetzt ist die Pop rausgekommen und du hast genau meine Farbe und ich weiß nicht, was ich machen soll und hier und her und ich schalte immer, ah, sie weiß nicht, sie hat sich die Augen geguckt, die finde ich nicht so toll, qualitativ, das Plastik und was weiß ich. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht, aber die sieht so geil aus und keine Ahnung, ich muss nur mal nicht fahren, ich muss mir das angucken. In the Shop gefahren, A geguckt und damals gab es halt das Angebot, dass man die Vertu Pop, glaube ich, kauft. Ich weiß nicht mehr, der Preis, es war unter 150 Euro, aber auf jeden Fall mit diesem Rerosin 4 Milch Schäumer, ne? Der war halt in diesem Angebot mit dabei. Normalerweise kostet die Pop 119 Euro, das ist auch die günstige Vertu. Und dann haben wir uns die gekauft, man muss auch sagen, die passt 1A farblich zu unserer Küche. Bestimmt. Also das einzigste Mango ist tatsächlich, und darüber, da hatte ich halt immer recht gehabt, da habe ich halt nicht nur gedacht, weil ich habe die Farb gesehen, habe gefühlt rot gesehen, muss ich hole. Und zwar ist es so, also ah ja, es ist Plastik, es ist nicht so hochwertig wie die Anna und das Problem ist, der Wassertank hinne ist nicht so groß, der ist klein. Und dementsprechend kannst du auch nur bestimmt die Größe an Tasse drunter stellen und kannst eigentlich mit der Maschine auch nicht diese Karaffe machen. Also wenn ich die Karaffe mache, dann muss ich die, also bei uns muss man sich vorstellen, wir haben neben der Küche halt so eine Rollwaage, weil die Küche halt ziemlich klein ist. Und wenn ich die Maschine so drehe, weil der Rollwaage ein bisschen niedriger ist, dann kann ich ein hohes Glas drunter stellen oder einen hohen Becher, weil zum Beispiel ach, so ein einfaches Starbucks-to-go-Becher passt auch schon nicht drunter. Also der müsste ich so schräg halten und die Karaffe halt auch nicht, ich drehe das dann so um und dann kann der Becher stehen, aber die Karaffe muss ich tatsächlich halten, das geht gar nicht anders. Und das ist halt ein bisschen nervig, weil ich muss nicht nur die Karaffe halten, ich muss danach hin Wasser noch kippen, weil das Wasser gar nicht reicht. Also ja, die ist so dafür halt einfach gar nicht gemacht, ja. Machen tut es trotzdem, weil du ist ja halt so ein Kot, bei der Vertuo ist es so, du hast ja einen Kennkot auf deine Kapsel und der macht dann die Füllmenge, die vorgegeben ist. Das ist halt bei der kleinen Nespresso nicht so. Da kannst du halt nach Gefühl, also gibt es sogar so einen Memory-Speicher durch die zwei Knöpfe, wo du dann quasi selber bestimmen kannst, wie die Füllmenge deiner Tasse immer sei soll, das merkt sich die Maschine, ne. So. Das muss ich sagen, ist so ein bisschen das Mango an der Vertuo Prop auf jeden Fall, also wo ich dann schon überlegt habe, nehme ich doch wieder die Premium, wo die Erstumme haben, die steht nämlich hier auch im Büro, die stehen beide hier auch im Büro, nehme ich die wieder mit runter, weil das mich zum Teil schon gestört hat, aber ich muss halt dazu sagen, wir trinken gar nicht mehr so viel Kaffee, also wirklich pro Tag vielleicht noch erst, zwei Tasse, also ich zumindest. Der Dommer trinkt ein bisschen mehr, aber der trinkt nur noch Espresso, also du trinkst ja schon bestimmt fünf am Tag. Ja, aber das ist die Claire einfach ausreichend eigentlich, mit der Kapsel. Ja, und jetzt, wo wir natürlich unseren Forever-Kaffee haben, unseren Forever-More, den man natürlich auch noch in der normale Nespresso machen kann, trinke ich natürlich hier auch wie immer jeden Morgen so. Ich habe meine Kapsel noch, ich muss mal probieren, aber ich habe mir so viele Wische, weil ich morgen noch einen Tag frei habe, habe ich mir die aufgehoben. Ja, probiere es mir morgen früh, also ich mache mir jeden Morgen dann so eine Kapsel, also bin ich total begeistert, und das ist auch so ein Energy-Kick nochmal, mit dem Taurin extra, mit den Vitamine. Aber ich trinke halt mehr Kaffee hier auch im Büro, muss ich halt sagen, und deswegen benutze ich auch die Claire-Maschine mehr, die steht ja hier oben, wie jetzt die groß. Also wenn ich mir ohne wirklich mal einen Kaffee drücke, das ist viel. Also es kommt selten vor. Was ist, ist, wenn mein Opa hier ist, tue man nur um, esse immer einen Espresso trinke, und den machen wir dann natürlich ohne das auf jeden Fall, aber ansonsten eher weniger. Also ja, also ich würde sagen, wir sind schon so Nespresso, Nespresso-Holics, ich weiß es nicht, also weil es ist hier bei uns auch so, dass wir wirklich auch nur den Merchandise-Artikel gucken, wenn du neuere Gläser und so rauskommst, ah, ist das was für uns, ne? Also es ist schon... Stimmt. Also ich glaube, mir zwei sind schon so leidenschaftliche Nespresso-Kaffeemaschine-Besichter. Nespresso-Starbucks. Ja, genau. Also Nespresso und Starbucks ist so unser Ding definitiv. Aber ich muss sagen, also die Nespresso-Kapseln sind einfach die beste. Wir müssen mal wieder zusammen in den Starbucks gehen. Ja, das müssen wir echt machen. Also letztes Mal war, glaube ich, vor Corona. Ja, das stimmt. Also ich finde, die Nespresso-Kapseln schmecken am besten, aber die Starbucks-Kapsel kann man auch noch trinken, finde ich. Aber alles andere, muss ich sagen, ist nichts. Und ich muss sagen, sogar man muss aufpassen. Also wir hatten schon mal ein paar Kapseln, die haben sich zerfetzt. Und wir haben dann gedacht, die Maschinen wäre kaputt, aber dabei haben sich die Kapseln zerfetzt. Also die waren wirklich einfach nicht geeignet. Das muss man auch sagen. Ja. Aber ja, wir sind Ambassador bei Nespresso, weil wenn man viel Kaffee konsumiert, dann kann man doch auch einen gewissen Rang erreichen. Und Ambassador ist so das Höchste. Und da hat man halt einfach den Vorteil, dass man 15 Prozent, ich glaube 15 oder 10 Prozent, ich bin mir gar nicht sicher. 15, glaube ich. Also man kriegt auf jeden Fall Rabatt auf die, aufs Zubehör. Ach so was, ja. Ja, sprich auf Gläser, Tasse. Ja, also nicht auf die Maschine, aber halt alles, was so Zubehör ist, kriegt man auf jeden Fall Rabatt. Den nutze ich danach immer, weil, also ich meine, ich muss jetzt nicht alles kaufen, wenn ich nicht so krank bin, aber ich muss sagen, die Eiswürfelformen finde ich auch ziemlich cool, weil das halt so größere Würfel sind, wo du rauskommst. Die hast du ja auch diese Eiswürfeldinger da. Die finde ich echt nicht schlecht. Und ich finde halt auch die Latte Macchiato Gläser, die sind halt auch ziemlich gut, weil das Glas ist einfach nicht so billig Glas, sondern es ist halt einfach ein bisschen dickwandiger. Also es ist schon Qualität, finde ich, merke ich halt schon. Und was wir halt auch haben ist, es gibt hier diese klassische Metall-Tessier, mit dem alles angefangen hat, die dann aussehen wie die Kapsel und auch in der Farbfunde Kapseln sind. Und die haben wir halt uns schon ziemlich von Anfang an geholt. Als Espresso und als normale Tasse. Also ja, ich würde sagen, wir sind schon richtige Nespresso-Holiks. Und, die Schalima hat es schon erwähnt, und Starbucks ist natürlich auch unsers. Ja. Das erste Mohamed uns auch tatsächlich im Starbucks getroffen in Mannheim, ne? Das stimmt, ja. Ja. Also das ist auch so unser Ding, wo wir immer hier rennen. Und unser Ding ist eigentlich immer so, dass wir uns an Herbst, Weihnachten, diese Special Edition Tasse kaufen, die aussieht wie ein Tier, ne? Ja. Dieses Jahr war es, was war das nochmal dieses Jahr? Ah, der Rudolf, gell? Der war aber süß. Ja. Also wir kennen uns schon so lange, wie wir Tasse haben, kann man es da, oder? Ich glaube, im ersten Jahr. Also im ersten Jahr habe ich dir die Fuchstasse geschenkt. Ja, genau. Ich meine, ich habe dir auch die Pinguintasse geholt. Ja. Und du hast mir auch die Eisbärtasse geholt. Und die Eisbärtasse, genau. Und du hast mir jetzt ein Pumpkin geholt. Ja, der war ja im Oktober. Der zweite Pumpkin, habe ich gesagt, brauche ich nicht, den hast du dir aber geholt, weil das war nicht so spät, weil du es war ja einfach nur orange. Ja, das stimmt. Und der ist nicht so schön wie der, wo mir zuerst... Das stimmt, ja. Der erste, wo du mir geschenkt hast, der ist schön. Ja. Und aber dann hatte man jetzt Rudolf, warst du schon? Ja. Vier Jahre. Ja. Gut, ich glaube im ersten Jahr hatte man... Nee, nee, wir kommen jetzt ins fünfte. Ah ja, stimmt. Nee, im ersten Jahr gab es Kanz. Gell? Du hatte mal noch nichts. Schwägt, oder? Ich glaube auch. Nee, Sven, doch jetzt erst fünf Jahre. Ich wohne fünf Jahre jetzt hier. Ja, alles so. Nee, Sven jetzt erst fünf Jahre, genau. Ja, ich meine 2019, oder? Haben wir Kontakt. Ja, stimmt. Sven, fünf Jahre. Jetzt ist 2024. Nee, 20, ich hatte mal, oder? Nee, 19. Nee, stimmt. Ja, 19. Ja, ja, 19. Ja. Ja. Sven jetzt erst im... Aber erst im 7. August. Ja. Also ich muss sagen, ich bin irgendwie... Ja, wir sind irgendwie leidenschaftliche... Ja, wir sind leidenschaftliche Starbuxer und vor allem auch Starbux-Tasse ist so ein bisschen die Leidenschaft. Nicht alle, um Gottes Wille, aber... Die Tiertasse, seitdem ich das vorgefangen habe, die müssen. Ja, das ist Gesetz. Ich muss sagen, wenn ich bei Star... Das ist unser Ritual in unserer Freundschaft. Ja, definitiv. Und wenn ich bei... Also irgendwo in der Stadt bin, wo ein Starbux ist, da muss ich auch tatsächlich hin und muss mir so diese Sonderedition von Getränk haben, die es dann gibt. Ich muss aber sagen, es ist nicht alles so geil. Also das letzte Mal gab es auch irgendwas mit Oatmilk. Das ist auch nicht so meins. Ich mag nicht so Hafermilch. Das ist nicht so... Nicht alle schmeckenen. Aber zum Beispiel, ich habe auch schon mehrere Tasse von dir so vom Starbucks achten, wo dann in Rosa Muldow waren oder so. Und am Anfang hatte ich euch auch mal so Tasse zu Weihnachten geschenkt. Das waren so zwei blau-grüne. Ja, ja. Ja, oder es gibt auch die... Ich mag halt die To-Go-Becher total gern. Ne, also die finde ich halt einfach mega, weil gerade wenn man in Urlaub geht, mag ich das voll gerne. Das ist wichtig, weil die weiße, die stinknormale, wo aussehen die Becher, die kosten nur 2,50 Euro. Das finde ich halt okay. Wenn du da vier holst, für 10 Euro wischst du. Ja. Also weil ich habe jetzt zwei, aber die sind halt laufend in Gebrauch, du. Deswegen, ich hole mir nochmal zwei. Ich hatte ja eigentlich für die und für mich, aber irgendwie nutze nur ich die für das Shake, meinst. Ja. Ne, das ist wirklich... Also das ist eine super Sache, finde ich, ne. Das ist wirklich gut, aber ich finde auch die Becher gar nicht schlecht, du. Ich habe dir doch den rote Becher doch geholt, das ist auch nicht schlecht, ne, für das Shake. Achso, ich dachte, du sprichst jetzt den rote, verlorenen Becher. Ne. Ich meine, den, den wusch dir... Ja, der ist auch geil. Da hat die auch gesagt, oh, der ist voll Shatterbecher, weil der fühlt sich ja so geil auch, wie schön, wenn der so spiked ist. Ja. Ja, der ist auch ganz cool. Also ja, ich muss sagen, das Starbucks ist schon eine Leidenschaft. Ich habe auch die App und das ist halt auch super, weil wenn du halt auch Merchandise kaufst, ist ja immer ein bisschen teurer und du kannst aber die Punkte sammeln und ich habe dann oft freigedrängt. Muss ich sagen, also es lohnt sich schon. Ich meine, ja, es ist natürlich so eine Sache, es ist natürlich auch teuer, das muss man auch sagen, ja, so ein Kaffee dort, keine Ahnung, in Tall, das ist ja dann klar, kostet meistens schon sechs Euro, je nachdem, was du noch willst. Also ich muss sagen, ich habe jo Laktoseintoleranz, ich will dann halt immer mit Mandelmilch, ne, also mit veganer Milch, ich will da keine Sahne. Also ich glaube, ich habe jetzt, ich vertrage, also ich glaube, ich habe auch Laktose, oder weil ich jetzt schon so lange keine Milch mehr getrunken habe, normal, habe ich jetzt vor kurzem, wo ich habe gedacht, mich schlazt du mal durch, ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ja, deswegen. Also ich vertrage auch nur Kokos, Soja oder Mandel, also das sind so meine drei Favorites, die ich dann nehme, wobei Kokos ist mein absoluter Favorit. Ja, du trinkst ja immer mit Kokosmilch, aber ich glaube, dein absolute Favorite ist jo die Pumpkin Spice Latte, ne? Pumpkin Spice Latte vom Starbucks, allerbeste. Ja. Aber ich mache immer einen Spritzer weniger rein, weil es ist mir teilweise auch ein bisschen too much, so, ne? Ja. Also ich lasse da immer ein bisschen, wenn ich ja... Also ich muss sagen, ich fand es erst gar nicht so geil, aber irgendwie habe ich mich dann auf den Geschmack gebraucht, also im Starbucks schmeckt es mir tatsächlich, aber die Schalima hat dann auch zeitweise sich den selber zu Hause gemacht. Das muss ich sagen, war nicht so ganz mein Cup of Tea, aber ich habe es halt auch nicht gemacht wie du, weil du hast schon noch Kürbispüree rein gemacht, ne? Ähm, oh ja, aber ich habe doch auch keinen Bock. Das sind mir so viele. Ja, aber... Wenn du jetzt so gewürzt, habe ich. Genau, ich habe auch von Just Spice das Gewürz, dieses Pumpkin Spice, aber das ist mir ein bisschen zu heftig, muss ich sagen, dieses Gewürz. Also ich habe es wahrscheinlich... Welcher, nein. Ich habe es wahrscheinlich falsch gemacht, das hat einfach nicht geschmeckt. Also ich habe es auch Mrs. Köy gemacht, die hat auch gesagt, also bei aller Liebe, ich kann das nicht, deswegen würde ich doch... Also irgendwas habe ich so falsch gemacht. Aber gut, das Gewürz habe ich natürlich noch, weil was brauchst du denn du davon? Wirklich nur so... Kleine Portion, vielleicht müssten wir es nochmal mit Kürbispüree probieren, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich auch nicht so der Kürbis-Fan zum Essen, also ich gucke mal so gerne, oh, aber so Essen, hm, ist nicht so meins. Aber der Pumpkin Spice Latte vom Starbucks, muss ich sagen, da hast du mich auf den Geschmack gebraucht, der schmeckt... Vor allem mit der Kokosmilch schmeckt der gut. Ja, genau, weil ich habe es vorher ohne Kokosmilch gehabt, da hat es nämlich nicht so gut geschmeckt. Und ich finde, das ist wirklich das... Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil viele Getränke wiederholen sich jo, also Weihnachten gibt es ja auch immer diesen Toffee Nut und was weiß ich. Also ich muss sagen, dieser Pumpkin Spice Latte ist wirklich der Kaffee, wo ich sage, der schmeckt mir von den Sondereditions bis jetzt am besten. Ja, bei mir auch. Muss ich wirklich sagen. Also ansonsten trinkt der Dommer zum Beispiel immer Mokka, der will immer sein Mokka, das ist ja quasi Espresso mit Kakao und Mandelmilch und ich trinke immer gerne den Flat White oder White Chocolate Mokka, wo du dann halt weiße Chocolatosch mit dem Mokka drin. Aber ich finde halt auch, wie gesagt, die Eistee ist ganz gut, die schmecken echt super lecker. Aber nicht so süß, das ist halt auch das Gute. Und es gibt noch im Sommer so Getränke, das ist irgendwie mit Kokosmilch und Erdbeer. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, genau. Ja, also das ist auch, finde ich, nicht schlecht. Also ja, die Leidenschaft, aber so halt generell, die Tasse ist natürlich das Nonplusultra. Irgendwann habe ich dann auch angefangen mit der Städte- und Ländertasse. Also es ist dann irgendwie eskaliert. Also zum Beispiel die Ines kennst du doch auch noch, die wir auf dem Geburtstag waren. Die hat das schon lange Jahre, ich habe Jahre als aus Amerika, diese Ländertasse mitgebracht oder egal, wo wir waren, wo ein Starbucks war. Aber wir haben das erst spät angefangen, deswegen haben wir noch nicht so viele. Aber die sind auch ganz cool, stimmt schon, ne? Wenn du dir so anguckst und siehst dann so diese Sehenswürdigkeiten, wo drauf sind und so, ist schon sehr schön gemacht, muss man sagen. Aber vom Preis her auch aufgeschlagen, das muss man auch sagen, weil vorher hat so Tasse, ich weiß noch, wo wir angefangen haben, Schalimar hat so Tasse, 15 Euro gekostet, 15,95 Euro. Ja, und mittlerweile für diese Ländertasse sogar bin ich schon bei über 20 Euro. Okay, krass. Also die sind echt richtig aufgeschlagen. Die Becher, wo du sagst, nach wie vor, 2,50 Euro, die Plastikbecher, gibt es ja auch manchmal verschiedene Farben, ne? Ja, aber dann, wenn sie, nee, aber wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie tief sind, sind sie bei 7 Euro. Ja, das stimmt auch. Wenn ein Motiv drauf ist, ja. Ich habe jetzt gemeint, wenn es halt nur die Farbe anders ist, ne? Rot oder was weiß ich, Schwarz gab es ja schon oder Gold, glaube ich, ne? Außer natürlich, wenn sie so, ja, wenn sie aber Color-Changing sind, dann sind sie ach teurer. Wichtig, wenn es dann, wenn du warm oder kalt hast, die Farbe ändert, ne? Dann kosten sie auch 8 Euro. Weil so schwarze Becher, also so ganz schwarz, ohne was drauf, nur mit dem Starbucks, wäre auch geil. Aber ich habe jetzt ganz weiße, die finde ich halt so geil, weil die weiß sind. Ne, ganz schwarze habe ich auch nicht gesehen, nur die mit dem Pumpkin, du. Ach so, ja, okay. Ich dachte jetzt ganz schwarz. Aber Gold, ne, Gold habe ich gesehen. Also es gab nur eine Zeit an Weihnachten, du gabst rote und Gold. Also das Gold war jetzt nicht so krass Gold, es war so wie Beige-Gold, so hell, ne? Ja, aber zum Beispiel bei, es gibt auch in Amerika, gibt es ja andere Tassen. Ich hatte ja aus Amerika, habe ich mal auch ein paar Tassen mitgebracht, die sind echt auch schön. Die sind halt von der Form ein bisschen anders da. Ja. Aber man muss echt aufpassen, das ist so krass, also gerade diese Tiertasse, wo wir haben, weil die Schalimar, man muss dazu sagen, wir sind ein paar Jahre dieser Kürbistasse hinterher gejagt, weil wir Kenny gekriegt haben, weil gefühlt, das war draußen und es war wirklich so, dass wir beide auf Instagram der Starbucks-Seite Mannheim gefolgt sind und wenn die gepostet haben, sie haben neues Merchandise, dann haben die Bild gemacht, dann ist die Schalimar in ihrer Pause dort hingekriegt und hat uns die Tassen. Ne, ich bin noch irgendwo, während dem habe ich gesagt, ich komme gleich wieder, ich bin in der Spassiere wieder durch. Ja, also je nachdem, wer es gesehen hat, ist dann halt, hat dann Schalimar, also entweder sie hat es selber gesehen oder ich habe es gesehen, habe gesagt, Schalimar, Schalimar, du musst unbedingt zu Starbucks gehen, du gibst Tasse, ja. So krank und die waren dann immer gleich weg. Und das Ding ist, dann haben wir halt geguckt, ob man die online kaufen kann und dann sind die Leute so verrückt, verkaufen die wirklich für 50 Euro, also für 49 Euro, wo du dann halt die Tasse kaufen kannst. Finde ich schon krass. Und ich habe gesehen, zum Beispiel diese Ländertasse, die bieten sie auch, oh, bei Ebay kannst du dir die bestellen, aber du haben dann welche schon drunter kommentiert, dass es dann gefakte sogar sind. Also so krass ist das sogar schon, ne? Also, und du kostest die halt auch so Tasse 50 Euro oder so. Ja. Also es ist schon so ein richtiges Game und das Ding, warum ich mir diese Tasse letztes Jahr gekauft habe, war einfach nur das, weil ich war mit meiner Mama damals in Wien und dort standen die Massen von der Tasse noch rum und es war einfach so, ich habe gedacht, nee, ich muss die jetzt mitnehmen, weil du einfach so viele stehst, das geht gar nicht. Wie kann das sein? Ich habe es gar nicht verstanden, weil wie gesagt, in Deutschland ist es immer ruckzuck ausverkauft, ne? Zack, bumm, ist das Zeug weg. Also von daher, das ist schon so richtiges Rennen danach, muss man sagen, ne? Bestimmt, ja. Sogar der Angelo war ja schon für mich so drin. Angelo, Angelo, du gibst eine Tasse im Motorei, dann hat der mich per Videocall angerufen und hat mir so gezeigt, welche Tasse du es sind. Ja, fällt es euch dir kaum, Mensch. Das war letztes Jahr im Sommer. Ja, okay. Also es ist schon ein bisschen krank. Bekloppt, ja. Es ist schon etwas krank. Ich bin richtig bekloppt mit unserer Tasse, du. Ja, aber dir ging es ja bei der Nespresso Limited Edition Tasse genauso mit dem Gesicht, gell? Ja. Das war doch auch so, gell, dass du do... Da waren Aachen drauf, glaube ich, oder? Ja, dass du do Aachen in deiner Paus hier gerannt bist und dann gab es das auch nimmer, gell? Doch, ich habe es gekriegt, ist wichtig. Ja, aber dann dennoch hast du doch gesagt, gab es das nimmer, oder? Äh, nee. Nee, dennoch wollte ich, habe ich dann überlegt, war eigentlich dumm, sorry, war eigentlich dumm, dass ich, äh, dass ich nicht viel genommen habe und dann gab es das nimmer. Ja. Das meistens so ist, gell. Ja. Ja, aber das ist so unsere Kaffee-Leidenschaft, ansonsten muss ich sagen, ich, also im Ausland gehe ich gerne zu... Hä? Was? Wir sind bekloppt. Ja. Also ich muss sagen, in Malaysia gehe ich gerne zu Coffee Bean, das gibt es hier in Deutschland nicht, das liebe ich dort total. Also das schmeckt der Kaffee echt richtig gut und die haben richtig geile Frozen Coffee. Frozen? Ja, also das ist wie so dieses... Ja, ich weiß. Ja, ach so, wegen Frozen, jo. Ähm, aber hier in Deutschland finde ich es so, wenn, also wenn es Starbucks gibt, dann gehe ich auf jeden Fall immer zu Starbucks, das ist so meine Priorität. Ja. Also für mich ist so das Fazit für At Home ist mein Favorit einfach Nespresso. Nespresso. Nix dran und für Outside, Starby. Starby. Ja, ich finde es ist halt aber, ach, wie gesagt, es ist schon so ein bisschen Kult, muss man schon sagen, also ist schon ein bisschen arg bekloppt. Aber gut, wir bekennen uns zu unserer Beklopptheit, schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob ihr auch so verrückte Nespresso-Holics oder Starbucks-Holics seid oder ob es euch egal ist oder ob ihr vielleicht Senseo-Fans oder keine Ahnung, whatever seid. Also schreibt uns gerne, aber das war jetzt so unsere Meinung, oder Schalze? Yes. Ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal für mehr Content und schreibt auch gerne einen Kommentar. Vielen Dank. Bei mir geht es leider nicht. Bei mir geht es. Ciao.